Willkommen zum neuesten Abenteuer auf Amazons Marktplätzen, wo Sie die Chance haben, 13 verrückte Gadgets zu sehen, die Sie tatsächlich kaufen können. Von einem selbstbewässernden Pflanzgefäß über einen tragbaren Telefonprojektor bis hin zu kabellosen Kopfhörern mit Katzenohren, diese Gadgets werden Sie sicher beeindrucken. Schauen wir sie uns also an. Die Air-Up Wasserflasche hat eine einzigartige Eigenschaft, die sie von anderen unterscheidet. Sie ermöglicht es dir, dein Wasser zu aromatisieren, ohne Zucker oder künstliche Süßstoffe hinzuzufügen. Wie cool ist das denn? Du fügst einfach eine Geschmackskapsel in den Deckel ein und schon hast du es. Du hast ein erfrischendes und köstliches Getränk, das dich den ganzen Tag über mit Flüssigkeit versorgt. Aber wie gut ist es eigentlich? Nun, einige Geschmacksrichtungen sind besser als andere, aber erwarten Sie keinen starken Geschmack wie bei aromatisierten Getränken. Im Endeffekt wird Ihr Gehirn nur ausgetrickst, damit Sie das Gefühl haben, ein aromatisiertes Getränk zu trinken. Aber das Gute ist, dass man aus vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen wählen kann, sodass ich ziemlich sicher bin, dass Sie Ihren Favoriten finden werden. Als nächstes kommt ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Weinliebhaber da draußen. Mit dem Luftdruckweinflaschenöffner können Sie Ihre Lieblingsflasche Wein in Sekundenschnelle und ganz ohne Mühe öffnen. Und so funktioniert es, Sie stecken die Nadel einfach in den Korken, pumpen ein paar Mal und der Luftdruck drückt den Korken aus der Flasche. So einfach ist das. Außerdem ist es ein toller Gesprächsanlass auf jeder Dinnerparty. Wenn Sie also ein Weinliebhaber sind, der seine Lieblingsflasche ohne Probleme genießen möchte, ist dieses Gerät genau das Richtige für Sie. Darauf stoßen wir an. Dieses Gerät verfügt über einen einzigartigen Ballrückführungsmechanismus, der den Ball nach jedem erfolgreichen Put automatisch zu Ihnen zurückrollt. Das bedeutet, dass Sie das Putten üben können, ohne ständig den Ball zurückholen zu müssen. So können Sie sich auf Ihre Technik konzentrieren und Ihren Schlag perfektionieren. Der Trainer wird mit einer Pudding Green Matte geliefert, die das Gefühl und die Beschaffenheit eines echten Pudding Greens simuliert und Ihnen ein realistisches Putting Erlebnis vermittelt. Die Matte hat eine Länge von 9 Fuß und bietet Ihnen somit ausreichend Platz zum Üben Ihrer Puttenfähigkeiten. Der Trainer benötigt keine externe Stromquelle, ist einfach zu bedienen und wird mit 2A-Batterien betrieben. Beachten Sie jedoch, dass die Batterien nicht im Lieferumfang enthalten sind. Dieses leistungsstarke Gerät ist eine interessante Lösung für die Beseitigung von Verstopfungen und Blockaden in Ihren Abwasserkanälen. Es liefert einen konzentrierten Wasserstrahl, der selbst die hartnäckigsten Verstopfungen beseitigt. Die schmale Düse erzeugt einen konzentrierten Wasserstrahl, der tief in das Rohr eindringt und fett, Wurzeln und andere Verschmutzungen durchtrennt, damit das Wasser wieder frei fließen kann. Ich glaube wirklich, dass dieses Gerät Ihnen Zeit spart und Ihr Leben einfacher macht, weil Sie eine Sorge weniger haben. Und hier ist ein selbstbewässernder Blumentopf. Die Selbstbewässerungsfunktion macht häufiges Gießen überflüssig und ist damit die ideale Wahl für alle, die viel zu tun haben, vergesslich sind oder einfach sicherstellen wollen, dass Ihre Pflanzen gut gedeihen. Das Pflanzgefäß ist in verschiedenen Größen erhältlich, so dass Sie die perfekte Größe für Ihren Platz und Ihre Pflanzen wählen können. Das Selbstbewässerungssystem funktioniert über ein Reservoir am Boden des Pflanzgefäßes. Füllen Sie den Behälter einfach mit Wasser und lassen Sie das Pflanzgefäß den Rest erledigen. Die Erde saugt das Wasser je nach Bedarf auf und sorgt so dafür, dass Ihre Pflanzen immer die Feuchtigkeit haben, die sie zum Gedeihen brauchen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie oft ich mir schon einen tragbaren Projektor gewünscht habe. Also, lassen Sie mich Ihnen von diesem erstaunlichen Gerät erzählen. Wenn Sie gerne Filme oder Fernsehsendungen auf Ihrem Telefon ansehen, diese aber gerne auf einem größeren Bildschirm genießen würden, dann ist dies das richtige Gerät für Sie. Der tragbare Telefonprojektor ist ein kleines und kompaktes Gerät, mit dem Sie den Bildschirm Ihres Telefons auf jede flache Oberfläche projizieren können. Er ist einfach zu bedienen und erfordert keine komplizierte Einrichtung. Schließen Sie Ihr Handy einfach mit einem Kabel oder Drahtlos an den Projektor an und schon können Sie loslegen. Es gibt viele verschiedene Modelle, aber ich würde nicht das billigste empfehlen, das Sie finden, denn es ist nicht ohne Grund das billigste. Der universelle digitale Batterietester ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Werkzeug, mit dem Sie die Kapazität und Spannung verschiedener Batterietypen schnell und einfach prüfen können. Dieser Batterietester wurde entwickelt, um genaue und präzise Messwerte für eine Vielzahl von Batterietypen zu liefern, einschließlich Alkali, Lithium, Zinkohle und Nickel-Cadmium-Batterien. Mit seinem intuitiven Design und der leicht ablesbaren Anzeige ist dieser Batterietester ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der den Zustand von Batterien prüfen muss. Wenn Du ein Geschenk für Deine Freundin oder Frau suchst, dann schau Dir das an. Die drahtlosen LED-Kopfhörer mit Katzenohren sind die perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität. Diese Kopfhörer sind so konzipiert, dass sie eine außergewöhnliche Klangqualität und ein einzigartiges, auffälliges Aussehen bieten. Die Kopfhörer verfügen außerdem über ein integriertes LED-Beleuchtungssystem. Die Katzenohren leuchten auf und wechseln die Farbe, was dem Hörerlebnis einen zusätzlichen, stillvollen Akzent verleiht. Sie können zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi wellen, darunter eine feste Farbe oder ein allmählicher Farbwechsel. Die eingebaute wiederaufladbare 400 mAh Batterie reicht für etwa 7 Stunden Spielzeit mit LED-Beleuchtung. Und hier ist die perfekte Lösung für alle, die sofortigen Zugang zu sauberem, erfrischendem Wasser benötigen, ohne sich mit herkömmlichen Wasserkühlern oder sperrigen Tischmodellen herumschlagen zu müssen. Dieses schlanke und kompakte Gerät passt auf jeden Schreibtisch oder jede Tischplatte und ist somit ideal für kleine Büros, Schlafsäle oder Wohnungen. Füllen Sie einfach den abnehmbaren Wassertank des Spenders mit Leitungswasser oder Flaschenwasser Ihrer Wahl und das integrierte Filtersystem entfernt Verunreinigungen und sorgt dafür, dass Ihr Wasser immer frisch und sauber ist. Der elektrische Wasserspender verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren 1200 mAh Akku. Bei voller Ladung hält er 25 bis 35 Tage oder gibt etwa 8 Flaschen mit 19 Litern Wasser aus. Unsere Auswahl geht weiter mit Moving Sandscape, einem atemberaubenden und fesselnden Tischspielzeug, das bei jeder Drehung eine sich ständig verändernde und einzigartige Landschaft erzeugt. Dieses faszinierende Dekorationsstück wird Ihnen stundenlange Entspannung und fesselnde Unterhaltung bieten. Die Moving Sandscape besteht aus einer durchsichtigen Glaskuppel, in der sich eine Mischung aus Sand und Wasser befindet, so dass Sie beobachten können, wie der Sand in Kaskaden herunterfällt und sich in verschiedenen Mustern absetzt. Der Sand ist in leuchtenden Farben gefärbt, die eine noch fesselndere Darstellung schaffen, wenn sich der Sand bewegt und faszinierende Muster bildet. Die klare Glaskuppel und das schlichte Design passen zu jedem Einrichtungsstil und machen Sie zu einer großartigen Ergänzung für jedes Zuhause oder Büro. Machen Sie sich bereit für ein spa-ähnliches Erlebnis in Ihrem eigenen Badezimmer mit dem Turbo Propeller Duschkopf. Dieser innovative Duschkopf verfügt über ein einzigartiges Propeller-Design, das ein kraftvolles und belebendes Regenerlebnis bietet. Dank der einzigartigen inneren Struktur und der Lufteinlasstechnologie sorgt dieses Produkt für einen starken Wasserfluss auch bei niedrigem Wasserdruck. Das Turbo-Fun-Design dieses Duschkopfes macht Ihr Duscherlebnis flexibler und interessanter. Das Muster des Wasserstrahls ist wunderschön und so präzise geformt, dass es wie ein Kunstwerk aussieht. Die Installation des Duschkopfes ist ein Kinderspiel und kann in wenigen Minuten erfolgen. Die Silikondösen sind leicht zu reinigen und verhindern die Bildung von Mineralablagerungen. Als nächstes ein perfektes Werkzeug für die Aufnahme von reibungslosen und stabilen Aufnahmen mit Ihrem Smartphone. Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und seinem intuitiven Design ist dieser Gimbal ein Muss für jeden aufstrebenden Filmemacher oder Content Creator. Der Smooth 5 Gimbal-Stabilisator verfügt über einen leistungsstarken Motor, der Smartphones mit einem Gewicht von bis zu 210 Gramm unterstützt und somit mit den meisten gängigen Smartphone-Modellen kompatibel ist. Außerdem verfügt er über ein integriertes Stativ, mit dem Sie Ihre Aufnahmen ganz einfach einrichten können. Eine der herausragenden Eigenschaften dieses Gimbal-Stabilisators ist seine fortschrittliche Objektverfolgungstechnologie. Damit können Sie bewegte Objekte mühelos verfolgen und sicherstellen, dass Ihre Aufnahmen immer scharf und perfekt eingerahmt sind. Hier ist eine interessante Lösung, um sich vor Regen zu schützen. Dieser innovative Regenschirm ist so konzipiert, dass er wie ein Rucksack getragen werden kann, sodass Sie die Hände frei haben, um andere Gegenstände zu tragen oder Ihr Telefon zu benutzen. Der Rucksackschirm verfügt über ein robustes und langlebiges Gestell, das auch starkem Wind und starkem Regen standhält. Die Kappe ist aus hochwertigem, wasserdichtem Material gefertigt, das sie auch beim stärksten Regenguss trocken hält. Abonnieren Sie meine Videos und lassen Sie sich benachrichtigen, damit Sie keine weiteren Videos mit Technik und Gadget-Tests mehr verpassen. Sehen Sie sich diese Liste mit meinen 10 besten Videos an und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Pass auf!